Aua, jetzt kommt ein kurzer Radstand. Ja, das macht nix, ein bisschen Sprung, dann geht das auch. Eieieiei, die Doppel dürfen erstmal bergen. Eieieiei, die Doppel sind. Du fach vor, du fach hinterher. Okay? Okay. Aber wie können wir alles? Das war drohlich immer. Die Doppel, du fach, du fach, du fach, du fach 잘 dazu. Woah, geil. Los geht's! oh, jetzt kommt ein guter Radstand ja, das mach ich ich glaube, wir dürfen erstmal bergen was hast du vor? ich bin im Rossi du kannst schieben du kannst schieben hast du ein Seil? ja warte, der hat eine Seilwinde aber egal er kennt das aber hast du, du bist gut hierher gekommen weil da ist gut eigentlich meinst du? meinst du gut? also, der meinte, ah, meinst du ja wir haben es schon, ne? habt ihr? bitte, bitte, Kamera bitte 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 ja zu wenig Schwung hat er gehabt ja problem ist, da hinten ist ein Glas da musst du gleich mal angucken das ist ein bisschen gefährlich darfst du nicht als Rampe benutzen da musst du ein bisschen längs halten aber schon übel so er sagt ja, ich fahr mal los und dann fährt er direkt über die Hügel ich so, yo, jetzt geht's los ja ja, kein Problem ja, ich glaube, jetzt will das noch mal probieren oder? ja ja er tut dich ja, und du? ja 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 noch mal anziehen das ja er da er 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 hat Das war's für heute. 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 Das war's für heute.